Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch wieder. Willkommen zurück zu Life is Frödel, heute mit einer etwas kleineren Crew als sonst. Wir begrüßen unseren Burgherrn, Barock von Zonbold. Moin. Unseren Alchemistenkönig, Raman, Rachmador. Moin. Unseren Bergmann, äh, Kleinsson. Moin. Und natürlich, euer Tischlermeister, euer Schattenwolf, beziehungsweise euer Yuki von Tal. Hallo. Ja, was treiben wir heute so? Zum Gucken. Endlich wieder Brudel. Joa, ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz die Stelle ausmisten. Und dann werde ich mir die Säge schnappen und ein bisschen Ritsche-Ratsche-Ratsche machen. Ich denke, du wolltest noch Fläche begradigen. Das kommt als nächstes dran. Den Karren habe ich schon in Position gestellt. Vor allem Fläche begradigen ist bei mir jetzt auch so ein kleines Malheur. Du hast mit deiner Burg da oben ja noch einigermaßen, ich nenne es mal vorsichtig, Ausgleich drin. Ausgleich? Was meinst du mit Ausgleich? Ihr musstet vom Bergab aufschütten. Ich muss vom Bergab her abgraben. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das hier mit dem Palisaden so gut hinkriegen soll, dass das gut aussieht. Mir ist da leider so ein scheiß Berg im Weg. Tja. Keine Angst, das wird Monate dauern, da kenne ich was von. Ja, ich bin gerade am überlegen, die Apfelbäume oben sind ja soweit ausgewachsen. Und ich will jetzt ehrlich gesagt nicht noch großartig in die Plantage von Silkenereien. Ob ich vielleicht zwei, drei Reihen Apfelbäume wegnehme, weil wir haben genug Ersatz unten gekriegt. Die ausgewachsen sind. Und so viele Äpfel brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja, ich will bei mir die ja an der Mine hier auch noch wegnehmen, ne? Von meiner Seite aus her, ja. Wir haben ja offiziell Äpfel-Pflückverbot, nenne ich es mal vorsichtig. Ja, und zur Not haben wir etwas außerhalb jetzt eine neue Plantage, die kann ja noch vergrößert werden. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, wenn ich die Mix hier auch nochmal das Hackebeil ansetzen, drei Felder reingehen. Und, na, zwei Felder dürften auch erstmal reichen. Weil dann komme ich hier so allmählich auf die passende Größe, die ich für den Platz brauche. Weil wie ihr es jetzt bei mir sehen könnt, das alles hier muss weg. Bis ungefähr hier. Wobei, ich werde aber hier den Berg hochgehen. Meine Palisade wird gebaut von hier bis circa hier. So, dass ich hier drei Felder Platz habe, damit ich mit dem Kahn hier durchkomme. Und dann geht es hier den Berg schön gemütlich hoch. Und wer weiß, vielleicht lege ich hier oben sogar nochmal ein Fundament an, damit ich in die Richtung weiter runterkomme. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Dann kommt hier auch nochmal ein Aussichtsturm hin. Aropos, habt ihr eigentlich schon gesehen, was ich hinten inzwischen so hochgezogen habe? Wenn ich mal irgendwann Zeit dafür habe, komme ich bestimmt mal gucken. Das ist ja das Problem. Ich habe keine Zeit für so. Ist ein Argument. Das lass ich da mal gelten. In einem halben Jahr, wenn ich mit dem Aufschuppen fertig bin, dann können wir darüber reden. Manchmal bist du ein ganz schöner Schwarzseher. Ja, List, sagt er jemandem, der schon seit über einem halben Jahr am Schuppen ist. Und das mit wachsender Begeisterung. Was du so wachsende Begeisterung nennst. Immer doch, immer doch. Zahlen, die siehst du auf dem Schnee. Aber auch so schlecht, oh meine Frisse. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, kann man auf weißem Untergrund gelbe Zahlen machen. Na ernsthaft. Nichts ist unmöglich. Brauchst du noch eine Wache? Was, eine Waffel? Eine Bache. Eine Bache? Ne. Okay. Lass dich nicht killen von dir. Nö, ich lass dich auch in Ruhe. Aber ich sehe hier halt eine, deswegen frag dich. Keine Sorge, die will nur spielen. Ja, ich lass dich nicht killen. 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 Ich sollte mal ein bisschen mehr essen. Immer bin ich hungrig. Das ist nur Noob. Habt ihr Leck? Kein. Ich hatte hier wieder so ein Mikro-Lack irgendwie. Die Sonne steht aber auch genau auf die Kante, wo ich hier grabe. Du kannst nichts mehr lesen von Hinza. Übrigens wäre unser Monument so weit, dass wir das ausbauen könnten. Kannst du denn die Sachen schmieden dafür oder hat Tabula das gemacht? Ähm, wir haben nicht genug Flussmittel. 3.000 Stück fehlen? Ne, nicht ganz 3.000. Ganz so schlimm ist es nicht. Es fehlen etwa 2.999. Was nicht ich jetzt persönlich? 3.000 Flussmittel muss doch erstmal haben. Und da geht es ja schon los, dass wir die Kräutergärden nicht dafür haben. Kein Kommentar. Kein Kommentar. 10. 10. Bis du die hoch gedüngt hast. Wofür hast du denn nicht so hohe Erde? Was ist denn so hoch? 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 Komm eng in runter? Wofür hast du katk diret答 Wofür hast du uns? Da!! birthschefue Methschefue Antwort View mit Wir haben aber noch genug in eines der Fässer rumfliegen. Ich habe hier oben noch Reserve. Einen Vorteil einer Mine? Bitte? Vorteil einer Mine und Lagerhäuser? Ja. Ich habe schon wieder so einen scheiß Blutsauger an mir gehabt. Ich mag dieses Event nicht. Das ist so eklig. Blutsauger? Du fühlst plötzlich ein stechendes... Moment, wo ist der Text? Du fühlst plötzlich ein Stechen in einer weichen und privaten Gegend deines Körpers. Das Event müsstest du eigentlich kennen. Ja. Aber immer noch besser, als wenn dir die Spitzhacke zerbricht, du auf den Stein haust und dir die Axt in den Kopf haust, dich eine Schlange beißt. Dir ein Ast in das Gesicht schlägt, dass du sekundenlang nur verschwommen siehst, als wenn du betrunken bist nach drei Dielen. Oder eine Wespensauge sticht. Richtig. Ne, Entschuldigung, es war glaube ich eine Biene. Da gibt es so viele Ereignisse, die echt nervig sind. Warte, das ist eigentlich letztes Mal jemand ausprobiert mit Wasser auf eine raune Fläche kippen, auf das grün wird. Ich zumindest nicht. Nein. Ich hätte das schon mal beim Feld, normal klappt das. Das ist ja gar nicht so. Hallo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich denke mal bei der nächsten Folge könnte meine bessere Hälfte dann auch wieder dabei sein Ist sie doch gekommen? Ja Dann kann sie ja erstmal den Turm wieder reparieren, den du zu Klump geschossen hast Dafür muss ich erstmal eine Fläche aufgießen Nicht den Turm, der einen weiter hinten Achso Den du so versehentlich vier, fünfmal getroffen hast Er hat auch zwischendurch die Mauer überall getroffen und sowas, also Ja, da freut sich Nikola bestimmt Genau Kann sich austoben Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, so die ganze Zeit eine Holzstämme rumsegen ist auch nicht unbedingt die Erfüllung eines Spielerlebens Ich weiß nicht, was ich ist weiß nicht, was ich nicht bewusst erinnern? Ich weiß nicht, was ich das ist Ich weiß Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.